Ich glaube, er hat sich damals gar nicht vorstellen können, was wirklich mittlerweile geschieht. Die Geschwindigkeit der technologischen Veränderung, in der wir uns zurzeit befinden, ist unglaublich. For example, you're all using phones that are already obsolete. Ihr habt mittlerweile alle Telefone, die unentbehrlich geworden sind. As is everything you have that's technical, it's already obsolete. The next version is on its way. We are witnessing an insane period of change. Und wenn die Veränderung kommt, dann ist es sehr oft so wie eine Welle. Und wenn eine Welle kommt, dann hast du nur eine von zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du auf die Welle drauf und du reitest sie. Oder du stehst vor der Welle in der letzten Sekunde und sagst nur mehr, oh oh. So, ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick geben, was gerade auf der Welt geschieht. So, over here we have social media. Social media is a revolution of connectivity. Die sozialen Medien sind eine Revolution des Sich-Verbildens. There's already two billion people just on Facebook. Zwei Milliarden Menschen sind nur alleine auf Facebook. 85% of the Baby-Boomer-Generation are on Facebook. 85% der Baby-Boomer-Generation sind in Facebook. 87% of all purchases happen as a result of social media. 73% aller Geschäftsverkäufe laufen schon mit Hilfe der Social Media. And these platforms are young. Und diese Plattformen sind absolut jung. There's going to be more. Und es wird noch viel mehr davon kommen. And people are just going to connect further and further and further. Und die Menschen werden sich über diese Plattformen noch viel mehr und noch viel schneller verbinden. Also, die sozialen Medien repräsentieren einen unglaublich massiven Marktplatz und eine Möglichkeit dafür. All the major corporations, they're doubling their social media budgets. They're taking their advertising dollars out of television and heading into social media. unglaublich viele Firmen investieren, anstatt in die ursprüngliche Werbung, in die sozialen Medien und nehmen Geld dort heraus, um es dort hinein zu investieren. Then you have e-commerce. Dann hast du den e-commerce. Und wenn ihr euch das alles anschaut, die Steigerungsstufen von Social Media und von E-Commerce, dann steigen und steigen sie beständig. Wie viele von euch, die das vielleicht noch nicht so viel tun, ihr werdet es irgendwann tun. Es ist einfach der Weg, wie die Welt weitergeht. In den USA kannst du mittlerweile nahezu alles, was dir jetzt gebracht wird. Was glaubst du, das geschieht dann mit den Jobs im Hintergrund? Ich werde in einer Sekunde noch mal darauf zurückkommen. Ich werde in einer Sekunde noch mal darauf zurückkommen. Weißt du, dass eine der größten Hotelfirmen der Welt nicht einmal ein Eigentum besitzt wird? Die Nummer eins Steuerfirma der Welt besitzt nicht einmal ein einziges Auto. Das ist Uber. Das ist Uber. Das ist Software. Das ist alles Software. Software macht das ganze Spiel. Und das geschieht in jeder Industrie. 3D-Drucker. 3D-Drucker, was mich wirklich ausflippen lässt, wird einen enormen Aufschwung nehmen. Das sind dreistöckige Gebäude in China, die von 3D-Druckern ausgedrückt wurden. Wenn ich mir das vorstelle, kann ich das in meinem Kopf überhaupt nicht fassen, dass sowas möglich ist. Schuhe und Flugzeugteile werden mit 3D-Druckern hergestellt. Die Grundlage ist, dass es eine große Veränderung stattfindet, und zwar in der Grundlage, die wir unser Leben führen. Ich habe ein Interview mit dem Führungsdirektor von Daimler-Benz gelesen. Und es war ihr Bild der Zukunft. Und es war unglaublich. Ihre Vorhersage ist, dass 70-80% der derzeitigen Jobs in 20 Jahren nicht mehr existieren werden. Das heißt nicht unbedingt, dass es so viele neue Jobs geben wird. Vielleicht gibt es einige neue Jobs. Aber wenn ihr umschaut, werdet ihr überall sehen, dass es so geschieht. Ich habe einen Scheck schon für viele Jahre nicht mehr im Geschäft verwendet. Wenn es von einer Maschine geschehen kann, dann wird es durch eine Maschine ersetzt werden. Das ist keine schlechte Nachrichten. Es ist einfach nur das, was geschieht. Und für euch ist es wichtig zu wissen, was geschieht, damit ihr die richtigen Schritte einleiten könnt. Und zu sagen, das kann nicht echt sein. Das wird dir nicht helfen. Du musst sagen, okay, das ist das, was passiert. Du kannst nur zurücksehen und sehen Industrie, die in einer Jahrzehnte geschehen und fallen sind. Wenn du zurückschaust in der Zeit, dann gibt es viele Firmen, die hochgekommen sind und wieder in sich zusammengefallen sind, weil es sich einfach erübert hat. Ich kann mich genau erinnern an die Zeit, wo die Videobänder aufgetaucht sind und dann sind sie wieder vom Markt verschwunden. Es waren Multi-Billionen-Dollar-Geschaften in dieser Industrie, die über Multi-Billionen? Und es waren zu dieser Zeit Milliarden Geschäfte in dieser Industrie. Sie sind hochgekommen und dann sind sie komplett wieder zusammengebrochen. Die gute Nachricht ist, dass die gleiche Technologie, die den Bedarf an diesen Möglichkeiten erweckt, ist es so viel einfacher macht, es auch umzusetzen. Als ich mit diesem Geschäft startete, war im ersten Monat nur meine Telefonrechnung 1.700 Dollar. Und jetzt kannst du mit Menschen über den ganzen Globus sogar von Gesicht zu Gesicht telefonieren oder über Video gratis. Und es musste hunderte von Dollar ausgeben, nur um an Werkzeuge dazukommen oder um Mittel zu kaufen, um mit Menschen sprechen zu können. Und du musstest es dir vom Post Office schicken lassen und du warst abhängig von der Post, um es zu bekommen. Und jetzt ist die gesamte Information auf einen Knopfdruck kostenlos zur Verfügung. Und es geht wo immer ich hin möchte in einem Augenblick. Es sind hunderte Millionen Menschen mittlerweile im Network Marketing. Und es gibt immer noch Menschen, die tatsächlich noch glauben, es ist nichts Reales. Und wenn du sie fragst, ist professioneller Sport etwas Reales, würden sie sagen, selbstverständlich. Wenn du den gesamten Umsatz an der Sportindustrie zusammenrechnest, sind es ungefähr 145 Millionen. Network Marketing hat ungefähr 185 Milliarden umgesetzt, was noch mehr ist. Es ist ganz klar, dass diese Industrie explodiert. Und die besten Produkte, die in dieser Industrie zur Zeit am Markt sind, sind mit Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Weil es sind Konsumprodukte, die Verwendung finden und nachbestellt werden. Und sie sind mit Emotionen verknüpft, sie machen einen großen Unterschied in dem Leben von Menschen. Und es gibt immer noch viele Menschen, auch im Network Marketing, die sagen, Nahrungsergänzung, das braucht man überhaupt nicht. Aber hier ist ein grundlegender Faktor, eine Tatsache über die menschliche Rasse. Die Wahrheit kommt immer heraus. Was ist in den letzten 20 Jahren in der Nahrungsmittelergänzungsindustrie geschehen? Du hast eine ganze Menge von Babyboomern, die bereits seit 20 Jahren Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Und sie schauen besser aus, sie fühlen sich besser, sie agieren besser und sie sind einfach viel, viel vitaler als die Nachbarn, die daneben wohnen. Und sie lieben besser. Und es ist evident, es ist absolut bemerkbar. Wenn du jemanden neben einer Person setzt, jemanden der 20 Jahre unterstützende Produkte genommen hat und setzt ihn neben jemanden, der es nicht getan hat, dann wirst du den Unterschied sehr deutlich sehen. Alles in dieser Person ist anders. Und diese Industrie ist eine absolut wachsende, ansteigende Industrie und durch die sozialen Medien wird sich das Wachstum und die Verbreitung noch rasant verstärken. Das ist jetzt eine Information, die ein bisschen kontrolliert werden kann. Diese Dinge sind vorbei. Ihr, meine smarten Freunde, seid genau in der Mitte. Wie gefällt dir das, wo du gerade sitzt? Magst du das? Du kannst jetzt die Videos abschalten. Ich muss jetzt noch etwas machen. Ich muss noch etwas machen. Ich muss jetzt noch etwas machen. Ich muss jetzt noch etwas machen.